Jooo! Hallo! Servus! Ja, was geht? Wir sind Capo di Capi. Der Homie Johnny S. arbeitet gerade an einem neuen Album. Und er hat da was ganz Besonderes vor. Und alles Weitere wird euch jetzt Chris erklären. Ja, wir kamen schon in den Genuss, die Platte vorab mal zu hören. Und wir können euch garantieren, es wird ein richtig fettes Teil. Da ist alles dabei. Diepe Sachen, richtig geile Raps. Von den Lyrics her in gewohnter Johnny S. Manier. Wer sein Album Halbes Leben kennt, der weiß ja schon, was er drauf hat. Und das wird auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger von Halbes Leben. Ja, und er ist jetzt gerade dabei, dieses Ding zu realisieren. Und dafür braucht er eure Hilfe. Genau, bei startnext.de hat der Johnny ein Crowdfunding an den Start gebracht. Und ihr könnt euch dort ein Dankeschön für eure Hilfe, für eure Unterstützung aussuchen. Und er kann im Gegenzug dieses geile neue Album, Tattoo, auf den Markt hauen. Und wir bitten euch, dass ihr das Album unterstützt und supportet es. Support, support. Wir glauben, dass es klappt und freuen uns schon darauf, das Ding in unseren Händen zu halten. Oh, yes. Wort drauf. Die Platte wird fettgeil. Johnny S. Tattoo. Holt euch das Ding, wenn es da ist. Deutschland stand. Yep. Deutschland stand up. Boom. 정